Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wir wollen uns im heutigen Video den leckeren Erdbeeren widmen. Hier zeigen wir euch, wie ihr auf kleinem Raum viele Erdbeeren ziehen und im Sommer eine gute Ernte einfahren könnt. Viel Spaß beim Schauen und Nachmachen. Für unser Projekt brauchen wir mehrere Erdbeersetzlinge oder Ablegerpflanzen, aus dem Vorjahr eine große Tonschale und drei Tontöpfe in verschiedenen Größen. Achtet darauf, dass die Wurzelball genügend Platz haben. Was brauchen wir sonst noch für unseren Erdbeerturm? Ihr braucht noch etwas Kies, Steine oder Tonscherben für die Drainage, fruchtbare Erde und eine Metallstange, die das Gerüst bildet. Wir beginnen mit dem Bau unseres Erdbeerturms, indem wir das Abflussloch der großen Tonschale mit der Tonscherbe abdecken. Eine Schicht Kies drauf gewährleistet, dass das Wasser gut abfließen kann und keine Staunässe unserer Erdbeerpflanzen bedroht, denn diese mögen die Erdbeeren so gar nicht. Drei Viertel der Schale füllen wir nun mit Erde. Damit ist unsere erste Pflanzetage fertig. Der große Tontopf wird zentral platziert und in die Erde gedrückt, um sicherzustellen, dass er nicht wackelt. Nun kommt die Metallstange ins Spiel. Sie dient uns als Turmgerüst. Die beiden kleineren Töpfe fädeln wir darüber und richten sie aus, bevor wir sie mit Erde stabilisieren. Jetzt wird es lebendig. Die Erdbeerpflänzchen finden ihr neues Zuhause in den Töpfen. Vorsichtig lösen wir sie aus ihren Behältern und betten ihre Wurzeln in frische Erde ein. Ein sanfter Druck und sie sitzen perfekt. Unser Turm braucht Sonne, also stellen wir ihn an einen hellen Ort und gießen ihn grüntlicht. Achtet darauf, dass die Erde vor allem in der oberen, schräg stehenden Töpfen nicht austrocknet. Gerade bei Pflanzen, die in Kübeln gehalten werden, ist eine starke Sonneneinstrahlung eine echte Stresssituation. Der Erdbeerturm, insbesondere die Töpfe, sollten also hell, aber dennoch nicht in der prallen Sonne ausgesetzt sein. Wenn die Erdbeeren Früchte ansetzen, passt auf, dass sie nicht zu nass liegen. Eine Schicht Holzspäne hilft, die Feuchtigkeit in Schach zu halten und Schimmel fernzuhalten. Allerdings ist ein Erdbeerturm eher auf das Naschen für zwischendurch ausgelegt, weshalb ihr die Erdbeeren wahrscheinlich sowieso rasch ernten werdet. Gebt im Laufe der Wachstumsperiode ruhig noch etwas Dünger im Abstand von zwei Wochen auf die Erdbeeren. Gerade in der Kübelhaltung stehen die Pflanzen nicht so viele Nährstoffe zur Verfügung, weshalb sie auf uns Menschen als Düngergeber angewiesen sind. Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Bauen eures eigenen Erdbeerturms. Habt ihr etwas mehr Platz, solltet ihr auch größere Töpfe als in unserem Video nehmen, denn Erdbeeren haben ein schnelles Wachstum und brauchen besonders Platz. Somit sind auch größere Ernten sowie größere Erdbeeren wahrscheinlich. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Gemüse- und Obstanbau an. Falls du dir ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, dann schau gerne in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!